Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es los mit was, was ihr euch wahrscheinlich schon häufiger gefragt habt. Und zwar, wie kann ich denn zum Kuckuck nochmal, wie kann ich diese ganzen Funktionen verknüpfen mit meinem HTML-Code? Ja, die Antwort ist einfach. Im Prinzip geht das alles über Events. Also ihr wollt natürlich nicht standardmäßig irgendwas machen, teilweise schon. Manche Sachen gehen vollautomatisiert, wie zum Beispiel irgendwelche Tracking-Skripts oder sowas. Aber ja, normalerweise werdet ihr irgendwelche Events haben und die triggern dann irgendwelche Funktionen in JavaScript. Und die wiederum machen dann eben irgendwie Magie. Genau. So, und der Trick ist, dass ihr in eurem HTML-Code ein bisschen was einfügen müsst. Nämlich einfach sowas wie eine On-Click-Methode. Hier haben wir On-Click gleich. Aber wenn ihr einfach nur On eingebt, hier gibt es einen Haufen Sachen. Zum Beispiel On-Aboard, On-Blur, On-Cancel, On-Canplay, On-Change, also wenn es sich verändert, On-Close, On-Drag. Also On-Close wäre zum Beispiel, wenn ihr verhindern wollt, dass jemand den Body schließt, also das Dokument schließt, die Seite verlässt. Dann geht ihr einfach her und macht im Body On-Close und fügt eine Methode ein, wie wir es gleich machen werden. On-Drag, On-Drop, On und so weiter und so fort. Hier gibt es einen ganzen Haufen. Entweder mich pausieren oder euch einfach mal den Editor angucken. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Was wir jetzt hier benutzen wollen, ist die On-Click-Methode. Und das geht sogar mit einer Headline. Also wir machen das gerade auf einer Headline und nicht irgendwie auf einem Button oder sowas. Klar, ist nicht intuitiv, aber man kann auch eine Headline, wenn man das Ganze mit CSS richtig gestaltet, so aussehen lassen, als wäre es eigentlich ein Button. Zum Beispiel mit Rand und mit Border und so weiter und so fort. So, was wir jetzt hier rein machen, ist, wir wollen diese Funktion Fakul aufrufen. Und zwar wollen wir die Funktion Fakul mit Fakul von 42 aufrufen. So, und hier brauchen wir dann tatsächlich kein Semikolon. Und das hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Was wir jetzt allerdings hier noch brauchen, ist folgendes. Wir müssen ja hier irgendwie noch eine Ausgabe haben, denn mit Return kommen wir hier nicht weiter. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwie noch eine zweite Funktion, die uns dieses Fakul vernünftig ausgibt. Also sagen wir sowas wie Output oder Outfakul von N und die liefert mir dann einfach ein Window.Alert von Fakul von N. So, also was machen wir hier? Wir wollen hier übrigens, ups, ich möchte natürlich nicht schließen, ich möchte eigentlich rauf wechseln. Wir wollen natürlich Outfakul aufrufen, also die Funktion, die mir dann auch wirklich eine Ausgabe gibt. Und was macht die? Naja, die kreiert uns einen Alert und zwar über die Fakultät von der Zahl, die wir angegeben haben. Super, Semikolon fehlt, ansonsten sind wir good to go. So, okay, was wir jetzt hier machen, ist, wir rufen einfach diese Methode hier auf bei unserem Event, wenn wir draufklicken. Und dann wird intern die Methode hier, die Funktion hier aufgerufen und zwar mit derselben Zahl, wie wir sie hier angegeben haben. Und es wird ein Alert kreiert. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Es passiert aktuell nichts, aber jetzt klicke ich hier drauf und wir bekommen als Alert diese wunderschöne Ausgabe als Dialog eben angezeigt. Okay, kann natürlich auch irgendwas anderes sein, ihr könnt dann auf Klick irgendwelche Sachen manipulieren und so weiter und so fort. Und über CSS macht ihr dann das Ganze, dass es aussieht, als wäre es ein Button oder als wäre es eben das Praktische. So funktioniert also JavaScript-Einbindung in euren HTML-Code. Hier sind die passenden On-Clicks oder On-Events eben, die Dinger heißen Events und so funktioniert es dann. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen, war ein sehr kurzes Video, aber ich denke, ich werde euch jetzt nicht alle Events vorstellen, sonst werdet ihr wahnsinnig gelangweilt. Die kann man auch einfach online nachlesen, schaut einfach nach JavaScript-Events, da gibt es dann diese ganzen Events. Oder ihr geht einfach her und klickt euch da durch, wie ich es gemacht habe, einfach hier ein On eingeben und dann hier durchklicken und schauen, was brauche ich gerade. Super, Keydown wäre übrigens, dass etwas gedrückt wird, also wenn ihr eure Webseite navigierbar machen wollt, was übrigens sehr geil ist. Wenn ihr eure Webseite navigierbar machen wollt mit dem Pfeiltasten, dann braucht ihr dieses On-Keydown auf dem Body drauf und schon könnt ihr hier zum Beispiel, wenn der Key, der gedrückt wird, zum Beispiel rechte Pfeiltaste ist, dann macht das und das. Sehr geil. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao.